So, jetzt veranderts Abschlussfeier 2019, also 2018, 2019 Saison mit einem Elternfußballturnier, das recht gut besucht ist und hier ein paar kleine Impressionen. Nicht immer der Regen kann das anhaben, dass die Herrschaften damit ordentlich brav spielen. Hinten noch einige Bereiche, die auch aufgebaut sind. Also, das ist jede Menge los, jeder vergnügt sich so gut er kann. Danke!